Hallo, ich bin Michael Friedrich, Führungs- und Verkaufstrainer aus Aachen. Kennen Sie das? Sie stehen vor Ihrem Bankautomaten und überlegen plötzlich, wie Ihre PIN-Nummer noch einmal lautet. Ist es 8917 oder 8719? Zahlen, Daten, Fakten, die wir uns merken und ähnlich sind, können sich im Gedächtnis schnell überlagern und vermischen. Dieses Phänomen nennen Physiker eine sogenannte Interferenz. Es handelt sich dabei um zwei Wellen gleicher Frequenz und Amplituden in unterschiedlichen Phasen. Übertragen auf die Kommunikation bedeutet dies, Aussagen, Begriffe und Informationen klarer und eindeutiger zu formulieren. Gerade im Verkauf ist es sinnvoll und wichtig, sich in einem Satz nur auf ein konkretes Nutzenargument zu konzentrieren. Mit einer eierlegenden Wollmilchsau können nur wenige etwas anfangen. Sie lassen dann Ihren Gesprächspartner auf einem meistens höheren Niveau verwirrt zurück und verlieren Ihren Gesprächspartner. Daher gilt die alte Faustregel, weniger ist mehr. Herzliche Grüße aus Aachen, Ihr Michael Friedrich Bis zum nächsten Mal! Untertitelung des ZDF, 2020